Hallo und Willkommen zurück zu Youtubers Live OMG! Mal eben kurz schauen, wer hier was gemacht hat. Hört ihr Internet schon? Ich habe eine Box erhalten, okay. Habe ich hier denn... So, Moment. Das kann man ja jetzt mal verkaufen, oder? Oder auch nicht. Das geht auch nicht, perfekt. Oh, das ging? Und ich wollte sie das machen lassen. Und ich wollte sie das machen lassen. Schauen Sie das klar. In der nächsten Mal. Es gibt keine Schmerzen verwenden. Ich muss sie die Schmerzen kommen. Ich muss sie zu tiefen. Aber Wasser und Brot immer umsonst immer gut. Ja, ok. Gehen wir nochmal arbeiten? Die sind echt ganz schön teuer, ne? Oh, hier brauchen wir ja auch noch voll viel. Okay, ich glaube, wir können es nichts mehr leisten. Wie viele davon sind noch in Bearbeitung? Sind wir eigentlich auch durch? Oh! Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich würd echt gern so langsam meine Schuze verkaufen. Ich hab einen Traum. Aha. Okay. Dann müssen wir mal was machen. Ich mach das jetzt auch in den Fall. Okay. 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 Vielen Dank. Ich habe keine Lust auf Kino. Möchte das nicht. Okay. Was für eine Überraschung, hatte ich nie gedacht, dass du mal zu Call of You Review Review Videos machst? Boah, ich muss ja sechs Minuten mal arbeiten. Halsstopp, wo ist die andere? Ja, ich muss ja sechs Minuten mal arbeiten. Ich habe perfekt aus dem Wasser genommen. Soll ich nicht so langsam mal wieder Talentpunkte oder so? Karten. Auch nicht. Ja, das machen wir doch. Sogar selber. Ha. Sogar selber. Sogar selber. Sogar selber. Sogar selber. Sogar selber. Sogar selber. Sogar. 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 Okay, Aran ist noch und macht irgendwas. Hallo Chaotica, ich bin von deinem Mantendo. Ja, wir gehen zu einem Event. Ich hab ihn nicht mehr erhalten. Ja, machen wir mal. Motorrad, was? Okay. So, jetzt aber schnell hier. So, kann ich jetzt? Endlich die anderen? Warum hat das ein hohes Interesse? Ah, endlich. Okay, das geht nicht. Geht auch nicht. Hm. Ich krieg sogar Minus-Abonnenten. Okay. Oh, das ist ja cool. Jetzt noch so ein Kleid. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist ja cool. Und ich denk mir die ganze Zeit nur, yo, in welcher Welt kostet ein Tindospiel so wenig? Ich kann mir monatliche Belohnung abholen, was? Ja, wie jetzt? Warte, bis du dran bist. Ja, okay. Jetzt kommt gleich wieder, dass ich kenn, keiner. Verpiss dich. Ah, natürlich. Ach, scheiße. Ich hätte einen Vlog drehen sollen, ne? Ach, verdammt. So, daraus machen wir jetzt erstmal ein Unboxing. Wie monatliche Belohnung. Hey, ich kann mir gar nichts hier abholen. Hm. Okay, ich hab jetzt gerade wieder ab. Perfekt. Du hast eine neue WeWart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihm zu machen. Deine Fans werden es mögen und vielleicht abonnieren dich auch ein paar Abonnenten der beliebten YouTuber. Uh-huh. Du bist gut. Du bist gut. Da war's. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Die Aufel-Wareạn-Ware ? Nein, ich gehe nicht weg. Was? Nein, ich verkaufe es gleich an. Oh, nein, ich gehe nicht weg. Oh, wir haben fast die 100.000. Nehmen wir eine tolle Wertung. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben können. Ich kauf nur Sachen, die angewurzeln. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben. Oh, dann zensieren wir. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben. So, wir gucken mal, ob wir neue Klamotten haben. Okay, ich bin verwirrt. Was läuft hier schon wieder? Oh, cool, baby. Oh, cool, baby. Oh, ich muss püppern. Oh, cool, baby. Oh, cool, baby. Zeit für ein Sandwich. So, und direkt schnell das Gämpchen hinterher. Boah, das wird knapp. Oh, das wird nix. So, kann ich jetzt endlich mal ein paar Sprügel wieder verkaufen? So, da muss ein Gambler gemacht werden. Oh, jetzt ist das wieder abgebrochen, ne? Oh, grüß sie. Oh, grüß sie. So, dann kann sie doch quasi die Reviews oder so machen. Glückwunsch, du hast 100.000 Abonnenten erreicht. Du wurdest zu einem Event eingeladen, bei dem du einen Preis für so viele Abonnenten bekommt. Und dann verpasst du bloß nicht den Termin. Ui. Wie sie einfach immer sauer wird. Wie sie einfach immer sauer wird. So, wie sie einfach nicht. Oh, grüß sie. Oh, grüß sie. Riesigen Applaus für Akkotika, für so reichend von 100.000 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, dass du weiter so erfolgreich laufst. Ich lächer einfach nicht. Okay, das genug. Ich geh jetzt. Perfekt. Aha, der hängt jetzt da. Und jetzt? Weiß auch keiner, ne? Kein Geld, kein Geld. Hier haben wir es. Sonst Nikes. Oha. Oha. Zwei Dollar. Perfekt. Drei. Zwei. Drei. Schön. Können sich ja richtig leisten hier. Können sich ja richtig leisten hier. Oh, da oben ist was kaputt, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so geil. Es ist wirklich ziemlich scheiße. Sobald das ist bereits nicht so. Oha. Ich schreien. Ich schreien eine Kalle. H剛剛 habe ich noch einmal auf. Ich schreien eine Kalle mit dem DEM. Ich schreien eine Kalle mit dem DEM. Oha. Ich schreien eine Kalle. Ich schreien eine Kalle. Ich schreien einen Kalle mit zu. Ich schreien eine Kalle mit der Kalle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Korzi ist von alleine das neu. Was ist denn schon wieder mit ihr? Ja, ich weiß nicht, was ihr habt. Jo, zuweisen. Aber das ist belegt. Dann mache ich das halt selber. Woher muss ich denn jetzt schon wieder? Woher muss ich denn? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Boah, tanzen. Ja, ich kann die noch machen. Ich brauche ganz viel Geld und Lina. Ich brauche ganz viel Geld. Und ich habe nichts mehr. Kann ich pippern? Ja, und ab nach Hause. So, jetzt schnell schlafen und dann das weitermachen. Ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit macht, ehrlich gesagt. So, jetzt schlafen wir uns. Aber sie ist fertig. Ach, ne Preview. Okay. Hm. Oh, Nintendo Wii gibt's da einen Wald. Mhm, mhm, mhm. Wird er angepisst? Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Das Arbeiten kann ja noch schaffen. Nicht an meinem Computer. Ja. Seinen eigenen bekommen. Ja. 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 Ich hoffe nicht zählt das noch. Ja. Es zählt. Ja. 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 So, gehen wir mal wieder einkaufen. Was? Ich kann keine mehr in mein Regal stellen? Ach du Scheiße. Ich bin dafür wieder pleite, aber es ist okay. Okay, jetzt bin ich wirklich pleite. Dann müssen wir wieder ein bisschen arbeiten gehen. Okay. 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 So, keine Ahnung, wo wo der Teppich ist. Davor, okay. Okay, schlafe ich. Nein. Nein. Caleb ist jetzt jemand. Okay. Je öfter ich Nein sage, desto weniger sind wir Freunde anscheinend. Na gut. Dann ist das wohl so. Oh nein, weil ich pleite war, konnte ich die Miete in jedem Monat nicht zahlen. Oh. Ich musste schnell eine Lösung finden und den Termin nächsten Monat einhalten. Komm, was soll er? Ansonsten würde ich definitiv komplett bankrott gehen. Oh, man kann ja auch bankrott gehen. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Ich nehme meineальungen, ich nehme diese Schmerz und schlafe aber einfach auf die Ölöcke. Sie nehmen auch eine große Angelegenheit. Oh. Alright. Sorry, ich habe hier mit, was ich von der Zeit니? Oh. 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 116.000 Abonnenten, trotzdem pleite. So kann es gehen. Vertreter von Nicosoft, ich hoffe wir können auch in Zukunft, okay. Interview auch, man. Oh, das wird schwer wieder reinzuholen wahrscheinlich. Geht mal 2, das ist schon mal gut. Nächster ist das minus 0. Dann haben wir hier schon mal genug. Aber ich brauche noch ganz viel Lila. Buff. Da ist minus 1. Ach, okay. Ich brauche Lila. So, Lila habe ich genug. Ich brauche noch 2 Grüne und das kriegen wir auch hin. So, das Spiel kriegen wir auch. Aber mich jetzt immer noch wegjagt. Du kannst jetzt gehen, Chaotika. Danke, dass du da warst. Ach, jetzt bin ich jemand. Ab 100.000. Ach du Scheiße. Perfekt. Danke, ja. Der Schein, bitte gern. Hier nochmal weiter. Warum kann ich denn keine Konsolen mehr haben? Finde ich ein bisschen doof. Ist doch noch voll viel Platz. Nicht immer noch doof. Ja. Jo, machen wir. View. Aber das können wir es machen. Ja. Ach so, die hat nur überhaupt gewartet. Okay. 75. So, dann gehen wir jetzt noch arbeiten. ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Schlaf schneller! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020